Hier präsentieren wir die 5 besten Schnappmesser-Tests. Lass uns anfangen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu Starten Nummer 5. KFG Klappmesser Messer Taschenmesser. Dieses Messer ist eine Einhandklinge, die für den Außeneinsatz geeignet ist. Da die Klinge des Produkts aus Edelstahl gefertigt ist, ist sie rostfrei. Durch die Klinge mit einer Dicke von 4 mm ist sie sehr robust. Im Gegensatz zu den meisten anderen Faltklingen ist dies mit 23 cm üblich. Die Länge der Klinge beträgt 9,5 cm. Mit einer Klingenbreite von 3,5 cm ist dieses Klappmesser die hervorragende Größe für Außenfaden. Nummer 4. Wolfgangs Undigwe Einhandklappmesser aus 440 C Stahl. Die Klinge dieses Gürtelmessers besteht aus dem effektivsten 440 C Stahl, der extrem schwierig, scharf und langlebig ist. Der Deal mit ist aus Aluminium gefertigt und seine einzigartige Form garantiert ein angenehmes Gefühl. Mit seinen verschiedenen Kerben und Sägezähnen ist der Undigwe ein echter Allrounder. Dieser Allrounder darf in keiner Art von tollen Außenwerkzeugen fehlen. Der Undigwe hat eine Flip-Funktion zusammen mit einem Liner-Lock, das einhändiges Öffnen und Schließen mit einfach einhändiger Aktivität ermöglicht. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Sie mal Taschenmesser 3 in 1 Klappmesser seht. Wenn Sie dieses Ding bekommen, werden Sie sicherlich ein Trineteile erhalten. Die Edelstahlklinge macht dieses Produkt sehr einfach zu pflegen. Das Gesamtgewicht der Klinge beträgt 141 Gramm. Aufgrund der Klingenlänge von 9 cm ist dieser kurze Artikel äußerst nützlich. Die gesamte Länge der Klinge, wenn sie entfaltet wird, beträgt 21 cm, was normal ist. Merkmale des Messers bestehen aus einem Glasbrecher sowie einem Gurtschneider. Nummer 2. M-Tech USA Taschenmesser MTA 914 Serie Dieses Messer ist aus Edelstahl gefertigt. Es hat eine leichte Aluminium-Diel mit, die ergonomisch geformt ist. Durch die halbgezackte Klinge lässt sich dieses Windmesser flexibel einsetzen. Aufgrund der ornamentalen Gold-Applikationen sieht das Messer sehr edel aus. Die Klinge der Klinge hat eine Größe von 9,09 cm und bestätigt sich auch als nützlich. Die Dichte der Klinge beträgt 2,8 mm, was typisch ist. Und die Nummer 1 unserer Liste. Bergkraft-Klappmesser Schwarz Wenn Sie dieses Messer wählen, erhalten Sie ebenfalls ein E-Book. Dabei erfahren Sie, wie Sie Ihr Messer richtig verwenden. Das Bergkraft-Taschenmesser hat eine starke Immobilie aus Aluminium. Die Klinge des Messers ist aus strapazierfähigem und rostfreiem Edelstahl gefertigt. Das macht die Klinge besonders scharf und auch flexibel. Durch die Abmessungen von 12,5 cm ist das Messer sehr handlich und auch leicht. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video.